So meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Part von Starfucked Fractured Butthole! Civil War 4.0 Ultra Ja, ist die letzte Herausforderung Und ja, dann gibt's auf jeden Fall jetzt erstmal gar keine mehr Ich hab aber noch gesagt, dass ich wahrscheinlich noch ein Part mache, wo ich einfach die restlichen Beschwörungen ausschöpfe Und das wird ja schon eine Zeit lang dauern Müssen wir erstmal auch noch hinkriegen, dass wir Warte mal, hier auf den, auf den, auf die alle zu gehen, das war am schlafen, glaub ich Machen wir auch Können drei Damagen Ja, das ist ein, das ist ein komplett geiler Move Das stimmt halt wirklich Nein, du, 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 du machst dir gar nichts Mein Freund Na, 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 na Na, 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 na Wir regnen erstmal auch alle Damage Also, das ist richtig geil Wir können so alle drei auf einmal damagen Kann ich von hier jemanden angreifen? Ja, den hier Wir gehen mit Call Goal so ein bisschen defensiv Die sollen auf jeden Fall kein Damage bekommen Auf keinen Fall Und der geht auf jeden Fall komplett aggressiv Der greift den hier an Und ist dann schön dann dort in der Angriffsfläche Lenkt die so ein bisschen ab Schützt dich so selbst Und greift halt so jeden an einfach Boah Na, scheiße, jetzt klingt doch voll viel Jetzt hat er sich auch gestärkt, ne Der Käpt'n Diabetes von deren Team Nee Fuck Scheiße, der ist jetzt bezaubert Ja, das ist Kacke natürlich Da kann man auch nichts machen Und, ja Okay, Mysterion ist echt OP, Mann Der Typ ist komplett krass Okay, der Typ ist komplett krass Ja Und das ist halt einfach nur Ja Da kann die anwiedern Das ist, das ist ja unfair, Mann Der Typ hat 1300 Leben Und beide sind von uns angewidert Das ist echt schlecht Moskito ist richtig stark, Mann Der hat richtig Respekt vor mir Und, ja, der ist auch stark Boah, das ist echt gemein, Mann Das ist richtig gemein, Alter Kann ich wenigstens so Leute umbringen Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin Wir könnten auch mit den Defensiv einfach gehen Ich glaube, so wäre es am besten Der ist zwar tot Also unser Hauptcharakter Aber das juckt mich jetzt erstmal nicht Weil ich wenigstens schon mal Ultimativkraft mache Also Mua Ist einfach nur gut Einfach schön alle drei der Menschen Alter, Craig hat so viel Leben noch Als ob der noch so viel Leben hat Ja Könnt ihr nicht viel machen Na, unterkühlen Das ist scheiße Toll Unser Hintergrunds Ich ist auch Geschichte Toll Toll Jetzt ist er doch geschützt Toll Mann, das ist doch OP, Alter Das ist richtig OP, wie die spielen Ich kann keinen einzigen von denen töten Wir haben schon zwei Tote Craig ist hier Das ist halt schlecht Aber Craig greift gar nicht an Das heißt, ich könnte auf Mysterion gehen Wir gehen einfach auf Mysterion Ist mir kackegal Ich will den einfach weg haben Eigentlich müsste aber sein Geister noch herumirren Und wir haben ja noch Captain Diabetes eigentlich Der ist ja in unserem Team Aber der ist halt bezaubert Das ist halt trotzdem kacke Das ist schlecht Naja Aber wenigstens lebt er noch Hoffe ich mal Ja, aber nach der Attacke ist er tot Das ist auch dumm Ich könnte aber auch schlau machen Nee Oder? Jetzt wäre das schlau Wäre das schlau Ich glaube nämlich nicht, weil Das wäre nicht schlau Der soll einfach sterben Kack drauf Bam Mysterion soll einfach sterben Ist mir kackegal Tschüss Und Craig ist dann leider tot Ich hoffe, Callgirl überlebt einfach nur lang genug Boah, ist das unfair hier Kann ich jetzt mit Callgirl irgendwas machen? Naja Wahrscheinlich nicht Für ein sauberes Mobbing Für ein sauberes Mobbing Was das bringt Der ist immer noch bezaubert, ne? Saft, gib mir Kraft Aber jetzt nicht mehr, ne? Glaube ich Ja Ich glaube, die ist tot Ich glaube, die ist halt echt tot Naja, die Verwirrung ist auch kacke Mann Boah, das ist so unfair, diese Kack hier Na Ach, das kannst du eigentlich gleich vergessen Das kannst du sowas mal vergessen Das ist schass denn nicht mehr Ich habe eine bessere Idee Wir gehen nur auf Mysterion Der Typ ist einfach der stärkste von allen Ist der schnell der meisten Damage macht Da ist sowas von auf den drauf Ist egal, wie viele Leute wir treffen Mysterion immer angreifen Oh Zack Mysterion überspringen wir auch Wir überspringen Mysterion Keine anderen Ne Der kann ruhig den Schützen Ist mir kackegal Mysterion überspringen wir Den greifen wir auch an Zack Ich will den OP Gegner sicherlich nicht hier haben Ne, sowas von Ähm Ich weiß halt nicht, ob das gut wäre Soll ruhig machen Ach, dein Angriff steigert nur mein Zorn Timmel kann auch nix machen Nö, du machst dir gar nix, Mysterion Aber sowas von nicht Hast du mich verstanden? Du machst dir gar nix Guck mal, was von der Arsch aus dem Arsch gekommen kam So Ich kann vier Leute angreifen Weil die alle sich hier schön In der Linie positioniert haben Also zack Sehr schön Okay, der Typ ist auch OP Müssen wir auch irgendwie gucken Dass wir Mosquito Down kriegen Weil der kann an Der kann uns halt anwidern Mach sie glatt Glatt, glatt Was auch immer Ähm Ich hab genug vor dem Kack Ciao Ich halte die einfach so schön wie möglich weit weg Dass die das schön nix machen können Und wir machen gleich unsere Wir machen uns zurück Haushaltsdrohne direkt Aber nicht mit denen Hier ist er dann mit uns im Hintergrund Ich, solange der überlebt Wie viel Leben hat er denn? Darf ich das wissen? Seht man das? Wie viel Leben hat er denn? Wie sehe ich das denn? Ich sehe das ja gar nicht Ne, wir machen das auf jeden Fall Ich sehe das da nicht mal unten rechts Weil, ja, der hat voll Leben Also der dürfte locker es schaffen irgendwie Na, Craig wird übersprungen Aber das ist mir Rain eigentlich gerade Also mit Status Effekten war diese Mission Auch schon schwierig Und deswegen ist das auch ein bisschen schwieriger ohne Ne, das ist krass Das ist krass schwer So, ist er jetzt dran? Ne Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen Lelelelelelelelelele Ist mir doch kackegal, was du kannst Wir gehen auf Mysterien, habe ich euch gesagt Wir gehen nur auf Mysterien, also Bam Mysterien hat ein Google Plus Konto? Wer hat denn sowas hier? Was hat denn überhaupt da Sein Telefon jetzt hier gemacht? Und wir können alle drei angreifen. Warum nicht? Bam! Hashtag Diabetstuhl, was? Nee. Alter. Wow, okay. Der hat mich richtig attackiert. Der kann nix machen. Der kann... Ach du Scheiße. Das meinte ich. Deswegen soll der weg. Ja, Hintergrunds, ich ist tot, Mann. Scheiße, Alter. Mann, ist das... Mann. Ich wollte doch nur... Ist das scheiße, Mann. Ja, es ist vorbei, Mann. Auch mit Craig tot ist... Mann, ist doch scheiße. Geht mir so auf den Sack, ihr Hurenzöne, Mann. Wenn ich wenigstens euch drei irgendwie hinkriegen. Ist der angewidert? Ja, der stirbt. Naja, ist halt dumm. Mann, ist mir grad echt egal, Alter. Na, der ist halt tot, Mann. Naja, Captain Diabetes ist tot. Ja, der heilt ihn natürlich. Ey, das ist so unfair, Mann. Ich hab keinen Gegner von denen umgebracht, glaub ich. Die haben alle noch so viel Leben, Alter. Und ich kann einfach gar nichts machen. Okay, der wäre tot. Das Ding ist, Mosquito lebt noch dann, ne? Das ist das große Problem. Captain Diabetes wäre auch danach dran. Ich töte den. Das ist mir kackegal. Kalker 300 Damage. Captain Diabetes geht wahrscheinlich auf sie drauf. Ne, doch nicht. Okay. Ist mir grad egal. Mosquito geht aber wahrscheinlich auf die drauf. Ja, tot, ist klar. Wieso ist das so OP? Und er kriegt auch noch Leben dafür. Alter, ist das so OP. Nee, ich will keine Beschwörung machen. Ich will jemanden wiederbeleben. Ähm. Ihr zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten. Wie kriegt man das hin, dass der überlebt? Stepp uns nicht weg, Neuer. Ja, ich bin sowas von wichtig. Ich bin so was von wichtig. Ich weiß, ob es wäre ein bisschen besser, wenn wir noch den hier wiederbeleben. Dann... Ich schau wieder. Okay. Dann... Ich schau wieder. Ich schau wieder. Ja, ich schau wieder. Ich schau wieder. echt egal, wie der das gibt. Wobei es ist nicht. Ich glaube, das wäre so. Wisst ihr was? Wir machen das dann nochmal so. Dass wir eine andere Ultima- Komplett neue Strategie und alles ausdenken. Weil ich glaube, unsere Strategie jetzt ist echt kacke gegen die. Irgendwas mit voll viel heilen und so weiter. Ich hatte ja das mit Ich hatte Pflanzmagierens Ultimativkraft und die war ja richtig gut. Die wäre glaube ich echt am besten. Ich überlege gerade, was ich jetzt hier am besten machen kann. Macaroni-Bild. Na komm, mach mal das. Es wäre am besten hier. Deswegen let's go. Und so unfair sind die Beschwörungen nicht nicht so OP. Ich esse jetzt mal die Savoyone-Mandeln. Die sind immer noch sehr, sehr lecker. Die sind sehr, sehr lecker, meine Damen und Herren. Empfehle ich euch sowas von. Ich wusste, dass er das macht. Deswegen habe ich nämlich den auch geheilt. Ich wusste das. Ja, toll. Denk an Sonne und eine heiße Braut im Bikini. Aufhören, ich krieg schnell so aufwecken. Ach, scheiße für dich. Ist euch gerade auch so schwummrig oder brauche ich nur dringend Insulin? Außen finde ich, Beschwörungen sind erstens gar nicht so OP und zweitens das Spiel gibt ja solche und es gibt auch ein Limit, wie viele Beschwörungen man insgesamt benutzen darf und man kann nur eine pro Kampf benutzen, weil die halt so ein bisschen stark sind. Ich finde das jetzt auch nicht schlimmer als heilen oder sowas. Deswegen finde ich das irgendwie auch komplett okay, die einzusetzen. Ich könnte hier viele Leute damagen, aber das ist nur 100 Damage. Das ist scheiße. Deswegen greife ich den an. Bam, tschüss. Okay, den könnte ich jetzt, glaube ich, hier richtig krass einsetzen. Viel Damage auf die Leute hier. Let's go. Also, wenn das hier nicht klappt, ne, rennt euch auf jeden Fall meine Strategie komplett um. Oh, dann machen wir das wieder auf Pflanzmagie und alles. Und dann gehen wir auf Mumm. Und ich glaube, Captain Diabetes ist so gut wie tot. Oh, er wird so gut wie tot sein. Captain Diabetes könnt ihr vergessen, weil der Typ ist sowas von tot. Na, der wird geheilt. Boah, ich weiß auch nicht, was ich dazu kommentieren soll. Ja, es ist einfach... Civil War 4.0 ist richtig schwierig. Da kann man wirklich mal so eine Beschwerung benutzen. Ja, toll. Toll. Jetzt haben wir auch noch beide angewidert. Na, der kann wahrscheinlich keinen angreifen. Doch, kann er. Der kann den hier angreifen. Aber der wäre tot, ne? Ja. Wir bräuchten halt Call Girl, ne? Super Freund am Boden! Super Freund am Boden! Ich heile sie jetzt mal. Der ist ja auch angewidert. Was will ich da großartig machen? Ja. Ja. Ich kann nicht viel machen. Wobei, jetzt doch. Jetzt bin ich schon wieder... Habe ich wieder so einen kleinen Vorteil. Wir haben jetzt zwei davon. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt einen kleinen Vorteil. Kann ich hier richtig... Okay, wobei. Das wäre, glaube ich, echt nicht schlecht, wenn wir das einfach so machen. Wie viel Leben hat der? Okay, der wäre... Moskito ist eh low HP. Ich habe 15 Minuten ein Debina, also... Und der geht mir nämlich richtig auf den Sack. Und der kann uns beide angreifen. Also mich und... Und bis jetzt von Stan habe ich eh nichts gesehen. Deswegen ist der viel mehr wert als Tweak und Stan zusammen. Moskito ist viel, viel stärker, deswegen müssen wir den wegkriegen. Und der ist auch in unserer Zone. Das heißt, wir müssen den wegkriegen jetzt hier. Sowas von weg hier. Denk bitte an Kollateralschäden, Neuer. Boah. Ich wusste, dass er den heilt. Das hätte sich eh nicht gelohnt. Der hätte ihn wahrscheinlich vollgeheilt wieder. Das hätte sich gar nicht gelohnt. Auf den irgendwie drauf zu gehen. Okay, der schützt den. Was will er denn sonst auch machen? Das ist einfach nur so OP, ne? Ja, tot. Tschüss. Toll. Ja. Hä? Lebt er noch? Er lebt noch. Hä? Also ist er jetzt doch tot. Na Mann, ich wusste es. Das meinte ich halt. Der Typ, Alter. Der Typ ist so komplett durchgedreht. Wen kann ich denn wiederbeleben von hier? Keinen, gell? Aber ich glaube, von hier. Könnte Craig heilen? Der könnte mich wiederbeleben. Der könnte mich wiederbeleben. Dann schütze ich mich irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir uns hier... Dass wir jetzt hier einfach überleben. Ist mir echt egal wie, aber ich muss überleben hier. Sowas von. Was denn auch sonst, ne? Ist ja klar. Natürlich geht er auf mich, der Arschloch. Na gut, aber der kommt sonst auf keinen, glaube ich. Ja. Mann, das ist doch Bullshit. Warum gehen die immer auf mich? Hey, lass den Neuen in Ruhe. Ist doch einfach nur dumm. Na ja. Ist sinnlos. Sinnloser Kack. Ist das halt echt. So dumm. Ja. Geht sie auch noch auf Callgirl. Okay, die lebt noch. Oh mein Gott, das hat echt, echt wehgetan. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's. Ach, das ist ein Flashmob. Ah, toll. Ich wiederbelebe den und guck mal, ob ich irgendwas... Irgendwie viel Damage machen kann. Weil seine Ultimativkraft ist so geil, dass ich die unbedingt benutzen möchte. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich find dich cool. Okay, fuck. Das bringt mir gar nichts, weil der Typ nicht stirbt. Komm wieder her, Captain Diabetes. Ich... Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Der könnte sich ja... Der könnte sich schützen. Aber da kann ich soweit angreifen. Der soll einfach nur... Hm, was soll ich tun? Wenn man nur Diabetes so leicht heilen könnte. Okay, ich mach ja. Okay, mir geht's gut. Wann bin ich denn? Komm. Na, Rückstoß auch noch. Freedom Pearl, außer Gefecht. Wahrscheinlich geht wieder Moskite auf mich. Dieser kleine Arschficker. Mann, die sind so gut, Alter. Ah, ich kann nichts gegen die machen. Die... Die sind einfach so... Krass, Mann. Junge, die sind so krass, Mann. Lass Wunderasch in Ruhe, du Versager. Das ist echt OP. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kann jeden wieder beleben, wen ich will. Es bringt aber nix. Ich muss ja, glaube ich, wirklich in die Offensive gehen, einfach. Jetzt schon? Aber ich kann hier keinen umbringen. Das ist halt das Ding. Ich muss eigentlich nur ein bisschen auf Zeit spielen. Dann kann ich nämlich meinen Hintergrunds-Ich holen. Und der kann dann schön angreifen. Das ist meine einzige Lösung. Tut leid. Und ich überlebe... Wieder... Wiederbelebe einfach jeden hier. Und einer muss sich dann ein bisschen opfern. Und kann dann... Ein bisschen Damage machen. Ich müsste mal aufladen. Oder wir blocken. Mit ihr. Dann überlebt sie. Dann überlebt sie mal eine Runde. Craig überlebt leider nicht. Aber das ist mir ja gerade egal. Okay. Ich muss halt irgendwie jemanden von denen downen kriegen. Sonst haben wir nämlich komplett ausgespielt. Das kannst du komplett vergessen. Ja. So oder so. Ich kenne dich nicht, Neuer. Versprochen. Das ist so dumm. So und behindert einfach nur. Meine Rache wird so finster wie Steve Jobs Pulli. Geld für ein sauberes Mobbing. Aufwachen. Kann ich wenigstens jetzt... Hier dieses Tee benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Mosquito muss sterben. Der ist mir sowas... Der Typ hat mir... War mir viel zu lang... Der war mir viel zu lang ein Dorn im Auge. Sowas von. Ist mir egal, ob der jetzt stirbt oder nicht. Also ich... Ich müsste eigentlich... Ich müsste eigentlich die... Müsste einen Zeitfurz machen können eigentlich. Und das will ich einfach. Nix anderes ist mir kackegal. Ja. Ich will, dass Mosquito stirbt. Aber sowas von... Es ist mir echt egal, wie... Na, ich kann das Tee machen. Ne. Du machst hier gar nichts. Okay. Verstanden. Wir können jede Hilfe gebrauchen sein. Okay. Was mache ich hier am besten so? Gerade wenigstens zwei Leute an. Mosquito, du hast nur noch 156 Leben. Also ich würde an deiner Stelle echt die Frisse halten. Mir ist echt egal, ob Craig jetzt hier geheilt wird oder nicht. Ist mir echt egal. Mosquito muss sterben auf jeden Fall. Dann haben wir eine realistische Chance. Die sind so... Trotzdem so im Vorteil noch, ne? Ich weiß nicht, wie ich das hier schaffen soll. Na. Das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding. Was will ich da großartig denn bitte machen? Jeder ist tot von meinem... Typen hier. Ich kann nicht mal viel machen. Okay. Du gehst mir so auf den Sack, du kleiner Wichser. Ich mache ja noch nicht mal viel Damage mit diesen Attacken. Das ist halt das Ding. Ne. Ich gebe das, glaube ich, auf. Ich muss... Ich muss wirklich, äh... Ja. Ne. Mit so schwachen Attacken... ...bringt dir nichts. Das sind alles nur auf Status, Dinger. Ich überlege gerade... Ich gebe wahrscheinlich wieder auf... Ich gucke jetzt mal, was man mit dieser Stärke machen kann. Wie hoch kann man denn die Stärke hoch machen? Man könnte Mumm richtig hoch machen. Das heißt, wir gehen wieder auf Mumm. Ich glaube, das ist auch besser, weil wir hier... ...das hier widerschen können. Gut, dann gucke ich jetzt hier einfach noch... ...ein bisschen... Ne. Das ist kacke. Der Turm und das Helden schwingen mit doppelter Geschwindigkeit ermöglichen zwei Aktionen in einer Runde. Nach dem ersten Gesetz, der... ...verpasst du jedoch... ...deinen nächsten Zug. Ne. Erhalte einen Block. Kann man auch einmal machen. Wobei, brauchen wir gar nicht. Dann nehme ich hier nämlich was anderes mit, weil... ...seht schon selbst. Das macht richtig viel Damage. Und... ...dann immer noch... Das haben wir ja auch immer genommen. Weil das kann ja auch auf mehrere gehen. Dann passt das ja am besten. Müssen wir nur jetzt das Artefakt ändern. Das war das hier, ne? Oha. Gut. Ich glaube, das ist nämlich jetzt so viel besser. Zeit Ultra ändern? Ne, ich will's ja nicht... Ich will's... Ich will's... ...nicht ändern. So. Warum sollte man Ultra ändern? Warum sollte man das machen? Ich weiß es nicht. Äh, Plan ändern... Ja gut, kann man ja jederzeit machen. Ich hab keine Ahnung. Was wäre denn besser als Craig? Craig ist nämlich überhaupt nicht gut. Ich glaub, Mysterion... Ne, Mysterion wär kacke. Er hat mir jetzt geschenkt der Natur. Deswegen wär, glaub ich, irgendwas... Ich glaub, was schnell ist, wär nicht schlecht. Elementarist bringt mir nix. Cyborg bringt mir auch nix. Das bringt mir auch nix. Das bringt mir auch nix. Nee, ich glaub, das passt alles soweit. Okay. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Ich verlass mich auf dich. Aber wen wollen wir denn herholen? Den hier, oder was? Komm nur her. Ich muss mich erstmal auch reingewöhnen, dass wir jetzt hier von der Nähe so ein bisschen angreifen. Das Ding ist halt, dass wir das nie gemacht haben. Wir können jede Hilfe gebrauchen. So, mein Freund. Ich mach das hier schön hier. Kommt nur alle hier, ihr kleinen Loser. Jetzt können wir schön aggressiv spielen. Ich will nämlich jetzt auch schön auf... Ich will auch schön auf Moskito gehen. Du gehst jetzt sowas von sterben, mein Freund. Du gehst mir nämlich so auf den Sack. Verabschiede dich sowas von, du kein Arschgesicht. Komm her. Bam. Boom, Alter. Tja. Wir sind jetzt leider hier im Mittelpunkt. Äh, fuck. Okay, der macht aber nur Damage. Ist also voll Ocom okay. Alter, hat er hier auf dem Face geblutet oder so? Ja, der macht halt beide auch noch Damage. So dumm. Sowas Dummes habe ich ja lange nicht mal gesehen. Ja, alle drei auch noch angewidert. Super. Wird er schon sehen, dieses Arschgesicht. Der wird sehen noch. Zack. Boom. Das wäre ein cooles Gift gewesen. Das ist halt immer noch schwierig, Mann. Es ist einfach schwierig. Ich kann, ich kriege keinen von denen down. Nee, das lohnt sich halt auch nicht. Weißt du, was die Scheiße da drauf? Und hoffe, dass mein, äh, Unterer hier lebt und mich dann wiederbelebt. Falls ich jetzt sterben sollte. Und das ist, ich glaube, es ist wahrscheinlich, weil... Ja, der stirbt durch Anwiderung. Ach, Unterkühlung. Das ist kacke. Mhm. Oh Gott, das ist dumm. Das heilt ihr nicht mal. Äh, was sollte das denn jetzt? Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, habe ich euch ja gesagt, dass der jetzt hier wahrscheinlich stirbt. Deswegen schön hier... Jetzt denkt ihr euch, dass es doch verschwendet. Nee, es ist nicht. Wir kriegen relativ schnell eine Ultimativkraft. Wir haben das ja ein bisschen so geskillt. Na? Sodass wir hier ein bisschen schneller alles bekommen. Und Moskita, du bist jetzt tot. Es tut mir so leid. Oder was heißt, hier tut mir leid. Ich freue mich drauf, du kleiner Hurensohn. Du kleiner, dreckiger Hurensohn. Und ich will mich jetzt erstmal unsichtbar machen. Natürlich noch dazu. Dass mich Mysterio nicht angreift. Ah, du kleiner Hurensohn. Tja, Mysterio, du bist in unserem... Fuck, ich habe nicht getroffen. Du bist in unserem Gebiet. Du wirst sowas von noch aufs Maul bekommen. Du bist jetzt nämlich hier. In unserem Gebiet. Äh, Captain, dir... Warum konnte ich nicht mit den Angreifen? Achso, der war unterkühlt wahrscheinlich. Ja. Entspann dich. Wir sind alle manchmal ein bisschen verwirrt. Super. Kann er ruhig machen. Du wirst aber jetzt sehen, Mysterio, ne? Du kannst dich nicht mit jedem anlegen, okay? Zack. Boom. Alter. Okay. Wir sind hier relativ eingekesselt. Ich will wenigstens jetzt auf jeden Fall noch Mysterio und Down kriegen, weil... Dann haben wir nur noch... Wobei, Craig ist auch noch hier. Craig geht mir auch ultimativ auf den Sack. Aber ich will Mysterio und Down kriegen. Kriege ich aber leider nicht. Aber ich kann beide damagen. Mach ich auch. Zack. Zeig es den Pennern so richtig. Naja, ist abgelaufen. Scheiße. Aber immerhin, ich könnte den jetzt hier angreifen. Überlebt er das? Ja, wahrscheinlich. Aber Colgar kann ihn finischen. Colgar kann ihn finischen. Das machen wir auch. Wir finischen den sowas von. Tschüss. Wir haben noch alle unsere Mates, meine Damen und Herren. Wir haben noch alle unsere Leute. Ah, fuck. Der greift uns beide an. Das ist kacke. Aber der ist... Der ist wenigstens geschützt. Wenigstens. Und wir haben zwei Gegner umgebracht. Ohne irgendwie die großen Verlust. Ohne großartigen Verlust. Zack. Kann sich verpissen. Okay. Jetzt werden wir mich langsam auf den Sack. Pass auf, das sieht nicht gut aus. Okay. Ja, der unterkühlt mich jetzt schon wieder. Aber der ist sehr verwirrt. Also juckt mich das eigentlich gar nicht wirklich. Der heilt den. Das bringt auch nichts. Das bringt den gar nichts. Den Trottel. Checkt ihr das überhaupt? Ob Frieden, Perl oder Kuhn-Friend. Ich finde dich cool. Das würde... Nicht viel bringen. Deswegen mache ich jetzt hier... Ne, machen wir nicht. Wir machen... Das hier würde ich sagen. Ich will mich einfach ein bisschen noch mehr schützen. Einfach ein bisschen von uns ablenken. Ich kann jederzeit ein paar Internet-Konten hochjagen. Zack. Ein bisschen oblenken, ne? Und dann können wir auf jeden Fall einfach mal irgendwann die Ultimativkraft einsetzen, wenn sie sich lohnt. Mit der kann ich eh nichts machen. Ich würde eine machen, die... Ich will halt eine machen, die halt Damage macht. Aber kann ich gerade nicht. Das ist halt das Problem. Und auf einen Gegner lohnt sich das auch nicht. Ja, das macht halt nur 200 Damage. Das lohnt sich nicht. Bam! Du und ich sind echt auf Augenhöhe, was das Schurkenversohlen angeht. Naja, wir sind verlangsamt, aber wir leben noch. Immerhin. Das ist echt Bullshit. Okay, wenigstens schockt er uns. Endlich können wir uns move'n. Das ist gut. Ich weiß nicht, was der da macht, aber das soll er immer machen. Das juckt mich halt absolut nicht. Er klaut nicht nur seine Position. Ne, er ruiniert alles für ihn. Wie viel Leben hat der Typ? Genug. Okay. Ich würde sagen, ich mache das hier einfach. Wobei, es lohnt sich nicht, ne? Doch, lohnt sich schon. Mach mal das. Drei Leute zu heilen? Es lohnt sich. Ja. Doch, 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 doch. Das haben wir eh keine krassen Ultimativkräfte, deswegen... Oh. Ist das... Ist das geil. Zack. Ja, wir zeigen es euch. Bonus-Tort. Wie viel Leben hat der? 500. Wie viel Leben mache ich denn so aus? 200? Ne, 300. Ja, 300 sowas von. Machen wir das. Zack. Schön. Hau das nächste Mal einfach ab. Ja, hau einfach ab, du kleines Arschgesicht. Du kannst nämlich gar nichts machen, aber sowas von nicht. Timmy kann... Ne, Freund, sorry. Aber nicht mit mir. Ein extra-wunder Arsch ist immer willkommen. Kann ich jetzt irgendwas Sinnvolles machen? Ne, ne? Mal bei. Doch, komm mal. Wir können hier ein bisschen Positionstausch machen. Craig ist tot. Tschüss. Wir haben drei Leute umgebracht. Ihr seht schon selbst, wir haben jetzt noch vier Mates. Die sind relativ noch gut geheilt. Es ist einfach viel besser, was wir gerade haben. Es läuft einfach viel besser gerade. Äh, ich kann mit denen gar nichts machen. Ne, ich kann mit denen nichts machen. Das ist ein bisschen bitter, aber man kann nichts machen. Kann er ruhig machen, juckt mich nicht. Gut, Stan will als erstes verprügelt werden, sehe ich hier gerade. Wenn du das möchtest, äh, Stan, dann, bitteschön. Wir tauschen Positionen, ich will ein bisschen unsichtbar bleiben noch. Sehr gut, wunder Arsch. Ich will ja nicht Damage bekommen. Warum sollte ich das wollen? Wir können ja auf uns noch... Es ist ja kackegal, ob die immun gegen Statuseffekte sind. Hauptsache wir sind es nicht. Wir können unsichtbar werden. Und die können uns nicht angreifen. Ist ja trotzdem ein Vorteil für uns. Wir machen das ein bisschen anders. Wir haben die ein bisschen ausgemooft. Wir haben die Ultral-Ausforderung ein bisschen... So richtig verarscht, so. Oder wie heißt das? Wir haben das so ein bisschen... Ja, wirklich ausgemooft halt. Wir haben unsere eigenen Regeln hier jetzt draus gemacht. Fände ich super. Außerdem will ich jetzt die beiden hier herlocken. Wobei, will ich nicht. Komm nur ruhig her. Ja, wobei, was will ich denn hier machen? Ne, ich will die herlocken. Kommt her. Kommt her, Jungs. Ihr Kassett jetzt nehme ich gleich. Aber sowas von. Der ist immer noch verlangsamt. Kann ich den angreifen? Ja, dann immerhin. Oh, jetzt sind die Loser bestimmt deprimiert. Der kann... Kann er nicht angreifen? Ach, runterkühl. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, welche Ultimativkraft ich benutzen soll. Ne, der kann beide heilen. Das ist ja scheiße. Okay. Ne, auf den gehen wir auf keinen Fall. Dann töten wir dich. Da benutze ich einfach... Alle bereit für einen Flashmuff? Ich bin's. Ich mache einfach ihr... Ihre Ultimativkraft immer. Weil es lohnt sich gar nicht, meines einzusetzen jetzt gerade. Wir haben alle kaum Leben verloren. Und jetzt stellt ihr dazu richtig teure Lizenzmusik vor. Okay. Soll ich mir das wirklich vorstellen, äh... Callgirl? Die Diabetes ist kampfbereit. Wir machen das hier, glaube ich. Oh. Kriegt Schutz und... Hashtag Diabeten. Hashtag Diabeten, genau. Wir dürfen nicht auf... Wir dürfen nicht auf diesen Diabetes-Typen gehen. Na, scheiße. Der bezaubert ihn. Fuck. Timmy ist richtig krass. Ja, das ist scheiße. Aber wir kriegen Tweak wahrscheinlich irgendwie noch... ...weg, oder? Kriegt man den irgendwie down? Also so zumindest nicht, aber... Der hat noch 144. Und... Drake ist... ...unterkühlt. Und half HP. Aber wir haben immer noch Callgirl. Also... Selbst wenn irgendwas passieren sollte, wir haben Callgirl. Das Ding ist, wir hätten noch... ...Captain Diabetes. Aber... Das Ding ist... Wobei, die kriegen alle hier schönen Damage. So was fahren, Alter. Bam! Alle schön drei Damage. Ja, das ist ein super Schuss. Und ich will jetzt auf... Tweak... Tweak ist tot. Tschüss. Gut. Das... Ja, wir hätten halt noch vier Leute. Also vier Mates. Also alle unsere Mates noch, aber der ist halt auf deren Seite hier. Der greift ja für die an. Und der ist zwei... Äh, zwei Tage. Der ist zwei Runden für die noch drin. Das ist echt scheiße. Ja, das ist auch kacke, Mann. Kann ich hier was Sinnvolles machen? Ne, gell? Dann schlage ich den einfach nur zurück. Weil ich kann eh nichts Sinnvolles machen. Jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Das sind die drei unfairsten überhaupt. Und so wird's ein bisschen schwierig. Ne, den will ich gar nicht. Puh. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung! Dann machen wir das lieber. Boah. Hier ist eine Mission, die... Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Wirklich. Mein Mund ist schon richtig trocken und alles. Ich kann auch kaum mich konzentrieren und alles. Ne. Das machst du nicht. Äh. Ich hab jetzt umge... Ewig Zeit. Um das hier zu machen. Ja, ist halt echt. Ist halt echt. So, ihr könnt jetzt aber echt mal kommen. Der ist nicht mal bezaubert, glaube ich. Dann komm her! Wir gehen jetzt sowas von auf diesen... Timmefe, aber sowas von. Captain Diabetes ist für uns noch ein bisschen zu OP, glaube ich. Ah, der verwirrt die beiden. Das ist scheiße. Kacke, Mann. Ich hoffe, Craig geht trotzdem auf den irgendwie. Ich bin dran. Ja, der geht auf den. Sehr gut. Immerhin. Immerhin. Was ist ein FML, Alter? Fuck my life, oder was? Ah, scheiße. Da kann ich viel machen, glaube ich. Da kann er echt nicht viel machen. Die hier immerhin kann von hier... Timmy angreifen. Das ist also gut. Okay. Ich will irgendwie Schutz mit dem... Ich will Schutz wegen dem kriegen. Wir können uns eh nicht großartig moven. Deswegen würde ich sagen, wir machen das und kriegen ein bisschen Schutz. 290 geschützt. Das ist ja richtig krass. Fuck. Nee, der geht auf uns alle drei, Mann. Nee, Mann. Das ist doch scheiße. Kacke, Mann. Mann. Das ist echt scheiße. Und nee, auch noch das, oder was? Mann, was soll der Müll? Kacke, Mann. Okay, jetzt... Oh nein, sie haben Diabetes getötet! Timmy face ist richtig OP jetzt gerade. Wir gehen lieber weg. Kommt nur her, Jungs. Puh. Boah, Alter. Wir furzen uns erst mal hier schön wieder ein paar Leben zusammen, Alter. Aber sowas von. Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Okay. Wir kriegen Humankind down. Sowas von, Alter. Alter, was heißt hier... Crack, hast du Lust, später D&D zu spielen? Ja. Nein. Und wir gehen noch schön auf dieses Arschgesicht hier. Zack, bam. Von Hirn zu AKP, na cool. Humankind muss ich irgendwie jetzt down kriegen. Den frage ich als nächstes. Humankind dürfte jetzt eigentlich Geschichte sein, oder? Nee, okay, der ist nicht Geschichte, aber... Ich will, dass der Geschichte wird. Junge, der Typ hat so low HP, Alter. Der hat noch 30 oder so. Ah, fuck, Mann. Nee, der geht... Ja, der... Das ist so eine OP-Attacke, ne? Naja, abgelaufen. Immerhin. Der hat uns überhaupt nichts gebracht. Weil Timmelfer halt einfach hier... OP-Kacke gemacht hat. Oh, guck mal. Guck mal, schon wieder haben wir eine Ultimativkraft. Ihr seht schon, wie schnell das geht. Naja, Humankind überlebt halt noch, ne? Das ist halt schon belastend hier. Und wir machen das auf jeden Fall, oder? Wollen wir... Nee, ich mach das hier. Da haben wir wenigstens wieder einen Kameraden. Und wir resetten uns so gesehen eigentlich immer wieder. Was lohnt sich sowas von? Die Offensive ist nicht immer das Stärkste, meine Damen und Herren. Und das ist, glaube ich, echt eine der schwierigsten Missionen überhaupt, finde ich überhaupt. Ich finde, das ist die schwierigste Mission von allen. Noch schwerer als die davor, die ich als schwer bezeichnet habe. Das mit dem Schock... Wo man am Anfang geschockt ist, das ist viel, viel schwieriger. Weil man... Weil... Ja, ohne Statuseffekte ist schon scheiße. Aber es ist... Man kriegt's halt hin. Man kriegt's halt komplett hin, meine Damen und Herren. Deswegen geht das. Und du gehst aufs Maul. Böse Wichte werden auch immer wimmer. Dieser Timmelfeld geht mir so auf den Sack, der Typ. Ich übernehme das, Leute. Kann ich den angreifen? Nee. Aber ich kann den Captain Diabetes angreifen, was mir absolut nix bringt, weil er so viel Schutz hat. Hier, ein echter Schocker. Oh, ich sollte das wohl kommentieren, aber irgendwie kann ich nicht. Aber immerhin können sie sich keinen Schutz mehr holen. Außer jetzt der hier, der kann sich immer wieder Schutz holen. Aber der Typ ist... Der Typ ist absurd op. Ja, er wird zaubert, ey. Das ist... Freunde, wir müssen Timmy down kriegen, weil der Typ ist einfach nur... Scheiße. Das ist halt scheiße. Na, ich kann nicht viel machen. Immerhin, äh... Mann, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Wobei, doch. Kann hier den angreifen, kriegen noch Schutz. Wir überspringen dann wahrscheinlich in den Angriff. Der geht wahrscheinlich jetzt auf Captain Diabetes. Nee, tut mir leid. Und dann gehen wir auf Timmy. Wir gehen jetzt sowas von auf Dr. Timmy. Timmy, Timmy, Timmy. Machst du gar nix mehr, mein Freund. Können auch beide schon angreifen. Der macht gar nix mehr, meine Freunde, okay? Der hat noch 832 Leben. Das ist noch so viel. Da kommt Callgirl. Aber wir können langgreifen, sehr gut. Zack, sowas von. Du hast dein Google-Plus-Konto? Wer hat denn sowas? Au! Wie seid ihr Penner denn drauf? Der Typ hat 639 noch. Ich will sowas von auf den gehen. Lohnt es sich überhaupt jemanden zu heilen? Nee, ne? Dann mach ich lieber das hier. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut. Und ich gehe... Warte mal. Ich kann mich einzig, glaube ich, nach oben bewegen und kann beide angreifen, ja? Nein, wir beten. Der ist halt immer noch für Einzug auf deren Seite. Das Ding ist, ich hoffe, dass Dr. Tiffiffel jetzt einfach stirbt. Das ist das Einzige, was ich hoffe. Es ist zwar schade um Craig, wenn er jetzt... Ja, der stirbt aber eh nicht. Aber es ist trotzdem schade um Craig, dass er Leben verlieren muss. Okay, der Typ hat immer noch 19 AP. Aber der ist wenigstens in unserem Team jetzt. Der ist wenigstens jetzt auf unserer Seite. Also von dem her... Gut, der Typ ist tot. Geschichte. Ciao. Tschüss. Nein, fuck. Ich hätte, glaube ich... Ich hätte auch beide angreifen können, ne? Glaube ich. Ja, ist auch Wayne jetzt eigentlich. Der Typ müsste Geschichte sein. Der Typ müsste so oder so Geschichte sein. Fünf... Äh, vier gegen ein oder sind es fünf? Wir sind, glaube ich, zu fünft. Sobald das Internet aus der Mode ist, kannst du sicher wieder normal leben. Oder nee, wir sind zu... Wir sind doch zu fünft. Ah, der kann es vergessen. Dafür wirst du teuer bezahlen. Aber der kann sich halt übelst schützen und so alles, ne? Das ist halt auch ein Ding. Aber dafür kriegst du auch relativ viel Schaden jetzt. Zack. Oh, der kriegt richtig viel Damage. Der Typ geht mir so auf den Sack. Saft, gib mir Kraft! Geht mir so auf den Sack, mein Freund. Zack. Nee, ich kenne den Diabetes, ist cool. Okay, Craig kann, glaube ich, hier nicht angreifen, ne? Das ist halt ein Ding. Der kann hier angreifen. Zack. Machen wir auch schön. Bam. Ah, ist abgelaufen schon wieder. Call, 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 kann zum Glück auch von hinten angreifen. Was auch so bei ist. Der Typ ist sowas von eingekesselt. Wenn der das irgendwie schafft, dann... Hat er auf jeden Fall meinen tiefsten Respekt. Dann könnte er jetzt die Ultra-Attacke machen. Und uns alle drei damagen, aber... Würde ihn auch nichts bringen. Der kann wieder kommen, Alter. Und es ist gleich wieder Damage. Schutz... Schutz ist durchgebrochen und... Das bringt dir nichts. Der kann wahrscheinlich aber nicht zu ihm gehen, ne? Das ist halt das Ding. Äh... Mama. Bam. Der verliebt 238. Lohnt sich gar nicht. Sonst lohnt sich ja nicht generell überhaupt nichts. Wobei, der kann sonst nicht angreifen. Deswegen lohnt es sich doch, weil der dann wenigstens... Damage macht. Ja, sonst macht er nämlich gar nichts. Ich muss seinen Zug sonst beenden. Es lohnt sich sonst nicht, den Zug zu beenden. Yeah. Der Typ hat noch. Wie viel Leben? 700. Zack. Ich weiß auch nicht, was die... Missionsleute jetzt hier denken. Ja, der ist noch alleine am Leben. Das schafft er sicherlich. Ja, den Scheiß schafft er das. Der Typ hat komplett low HP und können gar nichts machen, Alter. Komm her. Zack. Dein Schutz ist wieder weg. Nee, ist er nicht. Okay, fuck. Der ist nicht weg. Aber er kriegt jetzt Damage. Komplett. Zack. Wir können ihn auch gleich überspringen. Was gut ist. Craig kann, glaube ich, nicht weiter nach vorne laufen. Na, das ist halt schade. Ich hoffe, der stirbt jetzt. Ich glaube, das macht 193 Damage, oder? Hoffe ich mal. Dankeschön. Puh. Wir haben es geschafft. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert. Sag mir, please, was passiert jetzt. Wir kriegen jetzt irgendwas. Agathe-Kostüm. Asgard, sorry. Oh, wir haben alles geschafft. Puh. Gibt keine mehr. Keine Belohnung. Oder doch, hier ist ein Stern, glaube ich, erschienen, ne? Was hat er gesagt? Glückwunsch, blöd Arsch. Du hast das Gefahrendeck besiegt. Das hat doch keiner geschafft, außer Dr. Timmelfair. Aber der hat einen Doktortitel. Timmelfair. Ja, okay. Krieg ich irgendwas als Belohnung vielleicht? Amnett, doch. Blöd Arsch. Willst du aufs Maul? Wie wäre denn das? Na, guck mal. Die haben ein Foto gemacht. Wer ist Käpt'n? Wer ist Käpt'n Einsicht? Wo ist Käpt'n Einsicht? Ja, ich vermisse halt immer noch, wo ist Cartman? Ich weiß, dass Cartman in der Story halt, ihr wisst schon, was passiert ist. Aber ich vermisse ihn trotzdem irgendwie, ne? Der war doch, glaube ich, trotzdem sogar noch da am Ende, oder nicht? Und hat gesagt, ja, Freedom Pulse finde ich gut. Oh, aber das war's erstmal hier, ne? Äh, was ist denn hier passiert? Ah, hier ist ein Ausrufezeichen. Wobei, wir können uns... Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Ich glaube, das wird das Kostüm sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall gibt's hier auch noch ein... Es gibt auf jeden Fall noch ein Part, wo ich halt die ganzen Beschwörungen euch zeige. Also, ich hab dir ja schon mal gezeigt, aber ich will jetzt alle dann verbrauchen und sowas. Versteht ihr, was ich mein? Ja, hoffentlich. Ja, kannst du sogar. Du musst mich hierhin bringen. Du bringst mich jetzt hierhin und ich will jetzt sehen, was hier noch passiert. Der Part ist, glaube ich, eh lang genug, also... Das wird jetzt auch nichts ausmachen. Warum hat er seine Augen zugemacht? Äh, warum hat er jetzt gekotzt? What the fuck? Passiert das zufällig oder... Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, so generell, das Spiel hat schon ein bisschen... Hat schon ein bisschen... Hat schon ein paar Bugs, so, finde ich. Das finde ich auch wirklich schade. Und habe ich jetzt nichts bekommen, oder was? Weil hier nämlich etwas angezeigt wird, hier. Um links. Bedeutet nämlich, dass ich hier... Irgendwas noch habe. Oh, was habe ich denn noch? Oh, was habe ich denn noch? Mit mir irgendwas angezeigt? Freunde. Ich würde aber sagen, das war es erstmal für diesen Part. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da wird irgendwas noch passieren. Ich glaube, eine Cutscene oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, aber das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich habe ja noch... ...was zu erledigen im nächsten Part. Und zwar das mit den Beschwörungen. Deswegen passt... Trifft das sicher nicht gut, wenn es noch eine Cutscene hat. Weil ich glaube nicht, dass die Part extrem lange wird. Nichtsdestotrotz, morgens nichts mehr. Tschüss. Tschüss.